Na gut, begleite mich, aber pssst. Beeilen wir uns. Er geht in unseren Ziegenstall. Was könnte er da wohl wollen? Ich weiß nicht. Wenn er wieder rauskommt, sehen wir nach. Pass auf! Er geht weiter den Berg hoch. Was sind das für Werkzeuge? Die gehören jedenfalls nicht Großvater. Und diese Dinger hier? Vorsicht! Aber was ist? Gib es mir, ganz langsam. Wir müssen es zurücklegen. Das ist sehr gefährlich. Puh! Man nennt es Dynamit. Es macht eine riesige Explosion. Herr Traber hat uns in der Schule davon erzählt. Menomale! Was Sie Lermesen damit anstellen? Das werden wir bald herausfinden. Halt! Halt! Warte! Von wo kommt das ganze Holz? Bestimmt aus Großvaters Vorrat, als wir in Frankfurt waren. Jedenfalls hatte er da genug Zeit, um die Leitern zu bauen. Denn er oben ist, klettern wir ihm hinterher. Si! Also, nur du und ich, mein liebster Mauten. Alles gut, Rico? Was denkst du, was ihr hier oben macht? Die Höhle sieht aus wie eine Mine. Gehen wir näher ran. Sollen wir? Ja.